Hallo, ich bin Julia von InnoNature und heute möchte ich dir unsere Amin-Reserve L-Gutamin vorstellen. L-Gutamin ist ein Baustein für Funktions- und Strukturproteine in unserem Körper. L-Gutamin ist die Vorstufe von dem Neurotransmitter GABA. Und GABA, richtig gut, kann sich positiv auf Regeneration, Schlaf und Stressabbau auswirken. Und ja, das ist besonders wichtig. Und ja, das Tolle ist an unserem L-Gutamin, dass es 100% natürlich ist. Das L-Gutamin wird aus fermentiertem Mais gewonnen. Und ja, du bekommst sozusagen als Tagesempfehlung ein bis vier Kapseln. Und eine Kapsel enthält 700 Milligramm L-Gutamin. Und ja, das Ganze ist wichtig, einmal mit ausreichend Wasser zu mir zu nehmen. Und du kannst sie entweder über Tag verteilt annehmen oder die vier, ein bis vier Kapseln, ja, direkt einmal vor einer Mahlzeit einnehmen. So, ich mach's einmal vor. So. Mit ausreichendem Wasser. Und dann bist du schon super mit L-Gutamin versorgt. Und ja, das Produkt ist wie alle unsere Produkte 100% natürlich. Es ist tierversuchsfrei und vegan. Somit PETA-zertifiziert. Und hier direkt in Deutschland hergestellt. Und auch hier spenden wir pro Produkt eine Mahlzeit für Kinder im Burgundi. Und ja, falls du Fragen zu dem Produkt hast, dann stellen wir sie gerne. Und sonst wünsche ich dir ein hohes Wohlbefinden. Und viel Spaß beim Einkaufen des Produktes für dich und deine ganze Familie. Tschüss.